Hallo und willkommen bei Hardware Rat. Hier die nächste Folge Fragen und Antworten. Welche Preisklasse lohnt sich deiner Meinung nach am meisten? Also wo zahlt man nicht allzu viel? Das ist die Preisklasse von rund 800 Euro, da bekommt man einen i5, eine Grafikkarte mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sprich die RX 480 oder GTX 1060 und jetzt 240 GB SSDs auch noch drin. Also hier finde ich das perfekte Mittelmaß. Außerdem hat man dann meistens auch noch genug Möglichkeiten zum Aufrüsten später. Frozen Fire möchte wissen, was kann man machen, wenn man nicht genügend Lüfteranschlüsse hat? Da gibt es viele verschiedene Lösungen, zum Beispiel Adapter fürs Netzteil, dann laufen aber die Lüfter immer auf derselben Geschwindigkeit. Eine Alternative wäre Y-Kabel fürs Mainboard, da lässt sich dann die Lüftergeschwindigkeit steuern, aber die beiden Lüfter laufen dann immer gleich schnell, die am Lüfterkabel dran sind. Die beste, aber auch wohl teuerste Lösung sind Lüftersteuerung, aber ich empfehle keine Lüftersteuerung mit Reglern dran, also wo man die Lüfter selbst über solche Regler steuern muss, sondern Lüftersteuerung, die mit USB über eine Software gesteuert werden können, also automatisch gesteuert werden können. Damit man halt auch hier eine Lüftersteuerung machen kann, die alles automatisch regelt. Kannst du mir einen guten Ultra-HD bzw. 4K-Monitor zum Zocken empfehlen? Ähm, nee, kann ich nicht. Derzeitige 4K-Monitore sind alle weniger zum Zocken geeignet, einfach weil sie zu wenig Frequenz aufbringen. Ich würde zum Zocken bisher maximal WQ-HD empfehlen, solange bis es die ersten 4K-120-Hertz-Monitore gibt. Außerdem reichen die bisherigen Grafikkarten eigentlich noch nicht so für 4K-Gaming aus, weil die Bildwiederholungsfrequenz halt bei guter Grafik noch zu niedrig ist. OS-Tutorials fragt 1080p-Monitor mit 180Hz und G-Sync oder 1440p-Monitor mit 144Hz und G-Sync. Besitze eine GTX 1080 und spiele meistens Shooter. Also hier würde ich eher zum 1440p mit 144Hz-Monitor greifen. Bei dem 180Hz-Monitor auf dem Markt ist der Aufpreis für gerade einmal 36Hz mehr einfach viel zu hoch. Bei dem Monitor stimmt dann einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr. i5-6600K oder i7-6700 ohne K? Also ich bin derzeit der Meinung, lieber ein i7-6700 ohne K, denn beim Übertakten ist es ja immer so ein Glücksspiel. Es kann ja auch sein, dass der 6600K gerade einmal bei normalen Spannungen 4,4 GHz erreicht Das ist dann ja blöd und der i7-6700 taktet ja sowieso mit bis zu 4 GHz. Außerdem hat der ja noch den Vorteil von Hyperthreading, deswegen würde ich hier eher den i7 nehmen. Aber man kann auch den 6600K nehmen. Das ist so eine Sache, das kann man eigentlich selbst entscheiden. Wenn man Spaß am Übertakten hat, kann man auch den i5 nehmen. Was ist besser, ein i7 mit einer GTX 1070 oder ein i5 mit einer GTX 1080? Im Prinzip wirst du jetzt mit einem i5 mit einer GTX 1080 mehr Gaming-Leistung haben. In der Zukunft hast du aber Vorteile mit einem i7. Einfach auch deswegen, weil die Leistungssprünge bei Grafikkarten viel, viel größer sind als bei Prozessoren. Und Prozessoren, wenn man sich einen guten kauft, auch länger durchhalten. Mit so einem i7 kannst du 4-5 Jahre noch flüssig spielen. Das kannst du mit einer GTX 1080 auf jeden Fall nicht. Jedenfalls, wenn du nicht die niedrigsten Grafikeinstellungen wählen willst. Also ist es quasi egal, ob du dir eine GTX 1070 oder 1080 kaufst. Du musst sie beide ungefähr in 2,5-3 Jahren spätestens wechseln. Beim Prozessor ist es nicht so. Der Prozessor fällt auch deutlich weniger im Preis als so eine Grafikkarte. Deswegen würde ich lieber mehr Geld in den Prozessor investieren. Lohnt sich die 3 GB GeForce GTX 1060? Also eigentlich hat ja die 3 GB GTX 1060 für ungefähr das gleiche Geld mehr Leistung als die 4 GB RX 470. Das ist ja so. Aber das Problem sind halt dann hier wirklich die nur 3 GB Grafikspeicher. Jetzt kommt es halt drauf an. Wenn man nur in Full HD spielt und viele FPS möchte, das heißt die Grafikeinstellungen nicht so hoch ansetzt, reichen die 3 GB. Wenn man aber mit ein bisschen höheren Grafikeinstellungen spielen will und dafür weniger FPS in Kauf nimmt, dann reichen die 3 GB nicht mehr. Deshalb bist du jemand, der auf einer schöneren Grafik spielt, nimmst die RX 470 mit 4 GB. Bist du jemand, der mehr FPS möchte, zum Beispiel für Ego-Shooter und ähnliches, kann die GTX 1060 mit 3 GB die bessere Wahl sein. Hey Tim, kann man zum Beispiel ein i5-6600K mit einem B150M Mainboard übertakten oder geht das nur mit Z-Mainboards? Das geht leider nur mit Z-Mainboards. Lohnt sich ein 144 Hz FreeSync Monitor, wenn man eine Nvidia Karte hat, aber nicht genug Geld für G-Sync? Wenn FreeSync einen Aufpreis hat, dann natürlich nicht, aber die meisten 144 Hz Monitore, die kein G-Sync haben, haben dann eben dafür FreeSync sowieso schon drin und dann kannst du ja gleich einen FreeSync Monitor kaufen, wenn das kein Aufpreis ist. Vielleicht, wenn du dann mal irgendwann deine Grafikkarte upgradest, kannst du eine AMD Grafikkarte nehmen, den passenden FreeSync Monitor hast du dann ja bereits. Welche Karte lohnt sich mehr? RX 480 8 GB, GTX 1060 6 GB oder GTX 980? Ja, also wenn du die GTX 980 zu einem sehr guten Gebrauchtpreis bekommst, dann natürlich die 980. Sonst sehe ich hier das Rennen zwischen die RX 480 und GTX 1060 und das ist eigentlich auch schon wieder eine schwierige Frage, weil derzeit hat die GTX 1060 eigentlich mehr Leistung in DirectX 11 Spielen und die RX 480 könnte mehr Leistung in DirectX 12 Spielen haben, aber hier ist halt die Sache könnte, weil bei bisherigen DirectX 12 Spielen bzw. bisher versagt DirectX 12 ja ziemlich, weswegen ich nicht mehr so ganz glaube, dass die RX 480 durch DirectX 12 die GTX 1060 überholen wird. Aber im Endeffekt, egal ob du die RX 480 oder die GTX 1060 kaufst, so viel Unterschied ist zwischen den beiden nicht da. Aber wenn du noch keinen Monitor hast, fährst du einfach günstiger mit FreeSync Monitoren als mit G-Sync Monitoren, deswegen könnte die RX 480 auch noch etwas günstiger für dich insgesamt ausfallen. Ist die Taktrate des RAMs für die Leistung wichtig? Nö, ist eigentlich kaum wichtig, das sind nur wenige Prozentpunkte. Ist eine 30 Euro teure Soundkarte besser als Onboard-Sound? Es kommt jetzt natürlich aufs Mainboard drauf an. Hat man günstiges Mainboard, ist natürlich auch dementsprechend schlechter Sound drauf. Bei den teuren High-End-Mainboards kann es sehr gut sein, dass da sehr guter Sound drauf verbaut ist, wo durchaus mit Soundkarten mithalten kann. Also sowas kann man nicht pauschalisieren. Würde mein i3-6100 mit einer RX 470 funzen oder würde der i3-DRX 470 Flaschen halzen? Nö, der i3-6100 harmoniert eigentlich derzeit super mit einer RX 470. Clemens Lukas fragt, verkürzt übertakten die Lebensdauer meines Prozessors i7-6700K oder brauche ich mir da keine Sorgen machen? Im Prinzip verkürzt es schon die Lebensdauer des Prozessors, aber die Lebensdauer eines Prozessors ist so groß, man wechselt ihn vorher auf jeden Fall aus. Lieber zwei 240 GB SSDs im RAID 0 oder eine große 480 GB? Wenn man eine hohe Transferrate braucht, zum Beispiel um große Datenmengen zu verschieben, macht das RAID 0 durchaus Sinn. Wenn man aber die SSD als Systemplatte nutzen würde für Windows zum Beispiel, macht ein RAID 0 kaum Sinn. Beim RAID 0 verdoppelt sich auch noch die Chance für einen Ausfall, deswegen hier lieber kein RAID 0 benutzen. Also für eine ganz normale Desktop-SSD reicht eine normale SSD, da bringt ein RAID 0 kaum Vorteile. Hey Hardware-Rad, weißt du warum mein Prozessor i5-4670K, übertaktet auf 4,2 GHz, meine Grafikkarte GTX 1070 ausbremst bei Battlefield 4 und 1? Das kommt immer drauf an, wie viel FPS du willst. Wenn du die beiden Spiele, also Battlefield 4 und Battlefield 1 auf den höchsten Grafikeinstellungen spielst, glaube ich kaum, dass dein i5 da noch groß bremst. Wenn du jetzt aber niedrigere Grafikeinstellungen gewählt hast, um mehr FPS zu haben, kann es durchaus sein, dass dein i5 dort bremst. Denn der Prozessor ist quasi unabhängig von den Grafikeinstellungen, wie viel FPS er bringt. Das heißt, dem Prozessor ist es eigentlich egal, ob du auf niedrigen oder hohen Grafikeinstellungen spielst, er bringt immer gleich viele FPS, deine Grafikkarte allerdings nicht. Und hier kann bei niedrigen Grafikeinstellungen bei so einer starken Grafikkarte durchaus sein, dass der Prozessor bremst. Das war es aber auch wieder mit Fragen und Antworten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Auf jeden Fall lasst weitere Fragen unter diesem Video, damit ich wieder Fragen fürs nächste Video habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.